ja servus malzeit gaming freunde willkommen zu meiner ersten ausgabe von der papa sagt und ja ich weiß ich hatte euch versprochen im nächsten video besser ausgeleuchtet weniger fenster im hintergrund blablabla aber ganz ehrlich jetzt mal also die currywurst pommes ist mir viel lieber als das geld für irgendwelches dämliche kamera equipment auszugeben für einmal video im monat und deswegen werdet ihr euch wohl oder übel an diese qualität gewöhnen müssen zumindestens vorerst ich werde natürlich mein bestes tun um es doch noch zu schaffen um eine anständige qualität hin zu bekommen ja in der papa sagt oder beziehungsweise in meiner ersten folge der von der papa sagt möchte ich halt einfach mal über die gamescom quatschen die ja quasi kurz bevor steht und zu der wir momentan fünf einladungen für die ea community lounge verlosen und nachdem er gestern schon jemand auf unserer facebook seite gewonnen hat junges mädel mit dem namen hannah nana nana wild oder so die hoffentlich nicht verwandt ist mit gina wild ja die hat die erste einladung gewonnen herzlichen glückwunsch von hier auf jeden fall und wir sehen uns in der community lounge ja wir werden diese woche noch weitere tickets verlosen jede jeden tag eine bis freitag und auch heute gibt es wieder die möglichkeit ein so ein ticket zu gewinnen dazu müsst ihr eigentlich nichts anderes machen als mich davon zu überzeugen dass genau du derjenige bist der in die ea community lounge eingeladen werden sollte und ich kann dir jetzt schon sagen mich zu überzeugen das wird ungefähr genauso schwierig sein wie den mount everest zu erklingen das heißt lass dir was einfallen ja überzeugt mich davon wenn du wirklich in die ea community lounge willst so dann musst du auch zeigen dass du auch wirklich möchtest ansonsten wer kommt hier mit ja weil ich der und der bin und weil ich ja schon seit weiß ich nie wieviel am battlefield zocke blablabla ist mir alles völlig scheißegal du kannst meinetwegen battlefield schon im zweiten weltkrieg gezockt haben ist lässt mich völlig kalt gibt mir einen guten grund warum genau du derjenige sein solltest der in die ea community lounge kommt mit ein bisschen glück erscheint du morgen auf unserer facebook seite als gewinner und kannst dich über eine einladung freuen ja wenn wir die einladung alle weg haben haben wir am samstag noch ein special und zwar werden wir am samstag noch ein fachbesucherticket verlosen das gibt einem unserer leser die chance mit uns zusammen am gamescom mittwoch beziehungsweise am fachbesucher und pressetag die gamescom zu besuchen und einmal straight alle spiele ohne stressiges warten und anstehen anspielen zu können ja ansonsten gibt erstmal nicht viel dazu zu sagen mein akku von meinem handy ist gleich leer das heißt für mich das video wird heute sehr kurz und deswegen freut euch auf samstag dann mache ich nämlich dann ein neues video aus der reihe der papa sagt und dann werde ich mir auch ein bisschen mehr zeit nehmen bzw ich hoffe mein handy nimmt sich da ein bisschen mehr zeit und wir quatschen dann halt einfach mal ein paar andere dinge in diesem sinne machte tut nichts was der papa nicht auch tun würde und ich sag dann mal bis später